An einem besonders schönen Sommertag dürfen Molly und Walli das kleine Nilpferd das erste Mal allein mit ihren Fahrrädern ins Freibad fahren. Dass ihre Fahrräder beide verkehrssicher sind, wissen Molly und Walli jetzt ja schon. Damit sie auch ihre Schwimmsachen sicher auf dem Fahrrad verstauern können, bringen sie Fahrradkörbe auf ihren Gepäckträgern an. Warum können wir die Handtücher und die Badetasche nicht einfach so unter den Gepäckträger klemmen? Wozu brauchen wir denn die Körbe? fragt Walli. Das ist sicherer, erklärt Molly. Wenn wir die Sachen nur unter den Gepäckträger klemmen, kann sich leicht ein Handtuch oder der Tragegurt der Tasche lösen und in den Speichen verfangen. So kann es zu einem gefährlichen Unfall kommen. Wenn das so ist, dann verstauen wir die Sachen lieber in den Körben, meint Walli. Dann setzen sie ihre Helme auf und schieben die Fahrräder aus dem Schuppen auf den Gehweg. Dort wartet schon Lukas, der Nachbarsjunge. Er kommt nämlich auch mit ins Schwimmbad. Auch Lukas hat einen Helm auf. Der Weg zum Schwimmbad führt erst ein kurzes Stück durch die Stadt. Hier fahren Molly, Walli und Lukas auf dem Gehweg, denn Kinder dürfen auf dem Gehweg fahren, bis sie acht Jahre alt sind. Dann geht der Weg durch das Feld. Hier fahren keine Autos, aber Molly, Walli und Lukas müssen trotzdem aufpassen. Auf dem Feldweg ist nämlich viel los. Hier gehen Leute spazieren, manche haben einen Hund dabei. Es gibt andere Fahrradfahrer und auch Jogger. Aus diesem Grund fahren die drei alle in einer Reihe. Lukas fährt vorne, dann Walli und dann Molly. Dabei halten sie genug Abstand zum Vordermann. Hey ihr da hinten, ruft Lukas fröhlich, dreht sich zu seinen beiden Freunden um und winkt ihnen zu. Pass lieber auf, ruft Molly ihm zu. Doch da ist es schon zu spät. Ein Stock hat sich in Lukas' Speichen verfangen und Lukas stürzt. Molly und Walli bremsen sofort, steigen von ihren Rädern und laufen zu Lukas, der samt Fahrrad auf dem Boden liegt. Lukas, hast du dich verletzt? Tut dir etwas weh? fragt Molly besorgt. Lukas setzt sich auf. Nur mein Knie tut etwas weh, sagt Lukas und deutet auf sein rechtes Knie. Das Knie hat einen Kratzer abbekommen. Du hattest Glück, dass du deinen Helm aufhattest, meint Molly. Du hättest dich sonst am Kopf verletzen können. Ja, das stimmt. So ein Helm ist wirklich wichtig, antwortet Lukas. Und ich habe ein Pflaster für dein Knie, verkündet Walli. Ich habe nämlich meine Dinosaurierpflaster mitgenommen. Du kannst dir aussuchen, ob du einen Tyrannosaurus rex, einen Triceratops oder einen Diplodocus auf deinem Knie haben möchtest. Ich nehme den gefährlichen Tyrannosaurus rex. Lukas hat vor lauter Dinosaurier seine Schmerzen schon völlig vergessen. Walli klebt das Pflaster vorsichtig auf Lukas' Knie. Dann kann es weitergehen. Lukas lässt aber nun beide Hände am Lenker. Am Schwimmbad angekommen, schließen die drei ihre Räder an den Fahrradständern an. Dann gehen sie hinein. Hey, seht mal, ruft Lukas. Die haben ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz. Da muss ich jetzt als allererstes Mal hochklettern. Lukas lässt seine Badetasche auf die Wiese fallen und rennt Richtung Spielplatz. Walli rennt hinterher und will ebenfalls klettern. Wartet, ruft Molly. Ihr müsst erst eure Helme absetzen. Lukas und Walli bleiben verwundert stehen. Wieso denn, fragt Lukas, mein Helm schützt mich doch, wenn ich falle, wie beim Radfahren auch. Ja, das stimmt schon, meint Molly, aber du könntest mit dem Helm am Gerüst hängen bleiben und dich dadurch sehr schwer verletzen. Der Verschluss des Helmes kann dir den Hals zuschnüren, wenn du hängen bleibst. Aus diesem Grund soll man auch keine Schlüsselbänder um den Hals tragen, die sich nicht öffnen, wenn man irgendwo hängen bleibt. Außerdem braucht ihr hier auf dem Spielplatz auch keinen Helm. Wenn ihr fallt, fallt ihr in den weichen Sand. Da kann nicht so viel passieren. Ja, das macht Sinn. Daran hatte ich gar nicht gedacht, sagt Lukas. Ja, ich auch nicht, meint Walli. Beide ziehen ihre Helme ab und legen sie zu ihren Badetaschen auf die Wiese. Das Klettern auf dem neuen Klettergerüst macht viel Spaß. Bald sind die drei so verschwitzt, dass sie sich im Nichtschwimmerbecken abkühlen. Auf dem Heimweg sind sich Molly, Walli und Lukas einig. Das war ein sehr schöner Tag.